Und willkommen zu Let's Play Poker in History Dungeon, Part 28, von Nappen der 6N4. Unser schönes Rübenhaus ist noch im Umbau, aber ich hab, äh, ich hab eine Kastanie gefunden. Halleluja, hat mich nur ewig gedauert. Ja, guten Morgen, Flemmli! Und dieses kleine Bild mit oben ist einfach so knuffig. Aber ich liebe es. Ja, hallo. Ja, ich hab schon eine Weile keinen Job mehr gemacht. Ich war am Kastanien suchen. So lange am fucking Kastanien suchen. Okay, hier habt ihr euer Scheißteil. Hä, habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen alle geschäl... Ich hau euch das Ding gleich ins Gesicht. Mit Schmackes. Weißt du, ich will es nicht schälen? Und es ist dir einfach den Hals runterram. Wie, wär's damit? Achso, der ablässt in meinem Haus weiter. Hast du mich verstanden? Ach. Nuss gibt's dir, wir würden noch ganz hart arbeiten. Bitteschön. Ja, eine geschälte Kastanie! Ich hasse dich. Also los, die V-Pelze! Packen wir's an! Hacken, hacken! Steht ihr da so rum? Na los, kommen wir endlich in die Gänge! Wir werden die Basis im Handeltringen renoviert haben. Das will ich auch mal hoffen. Es tut mir weh, mein Rübenhaus so zu sehen. Wir tun das Baumaterial her und brüllen das Gebäude... Ja, das habt ihr schon gesagt. Ja, habt ihr aber! Weil ihr nichts zu essen hattet. Und so, motiviert dich an der weitere Geschälte. Kastanie setzt hier die Menki-Bande... Die Renovierungsverbehalten... Nein, der rettet die im Basis fort! Bald! Während die Renovierungsverbehalten eine Basis fast beendet... Was heißt hier fast? Oh, sagt jetzt nicht, ihr wollt noch eine haben! Wer? Obwohl die... Ich hasse euch so sehr! Auch meine arme Basis! Ist da zumindest... Kann ich da zumindest mal eine Mission rummachen? Dann würde es sich zumindest etwas lohnen. Fünf, wirf Samen! Samen kann man auch werfen! You don't fucking say! Normalerweise soll man Samen essen. Aber weißt du was? Man kann sie auch nach anderen Pokémon werfen! Wirf Samen, die du nicht magst, nach Gegnern! Wirf gute Samen auch deinen Freunden! Nur keine Scheu! Ich werde sie alle fressen, egal was es macht! Sogen nur nicht! Die jüngsten Naturkatastrophen... Oh ja, stimmt, die Berge geht unter dabei, aber was... Ich war so mit meinem Haus beschäftigt! Untersuchungswäufung gefährliche Naturkatastrophen begonnen! Jetzt erst! Wow! Pokémon in den betroffenen Gebieten greifen aus der Schiene ohne Warnung an! Machen die das nicht auch jetzt schon? Das haben die auch schon vorher gemacht! Manche hat eine mysteriöse Macht für verantwortlich! Oh wow! Eine Quelle beschuldigt die Gitarre der Erbäden, doch das Untersuchungsthemen bleibt skidt! Das ist schon so ewig her, mein Gott! Und dann macht ihr jetzt erst was! Oh, das ist doch nicht euer Ernst! Wow! Das läuft hier! Warte mal! Habe ich irgendwas zu... Ich müsste irgendwas zu verkaufen haben! Ja, hallo! Guten Morgen! Die Welt geht unter! Ist das nicht toll? Ja, finde ich auch! Oh, ich habe mal auf dem Siedelnbeeren gefunden! Die kann ich eigentlich alle... Ne, warte, ich wollte was kaufen! Shit! Hast du Beliebersam? Ich muss wieder aufstocken! Dringend! Du hast deinen! Holy fuck! Her damit! Jupp! Vielen Dank! Okay, die sind in den Lager hier erstmal! Den Beliebersam, glaube ich, auch! Hallo! Du wirst befehlen, weil alle tot sind! Okay... Ja... Nein, warte, das war der Knopf, okay! Das und das und das und das und das und das... Nein, warte, und das, okay! Jupp! Das war alles! Könnt ihr da jetzt bitte mal eine Mission für den Tumult weit ausstehen? Es kostet mich so ein, wenn ich da einfach mal rein muss und nichts finde und das war alles umsonst und das ist meh! Oh, Beeilung! U9! Körbsel wird noch vermisst! Ich bitte um Hilfe! Fulcano! Ja, das mache ich mal! Das ist zumindest etwas! Das dauert ewig, bis man solche Kack-Kastanien findet! Könnt ihr nicht welche verkaufen? Das würde das alles so viel einfacher machen! Oh, Mann! Und Riesenäpfel! Okay, Flemly, wir holen Kevin! Oh, dann geht's wieder rein in diesen Kack-Wald! Wo wir ja nicht schon die letzten Wochen nach Kastanien gesucht haben! Oh, nein! Weil diese blöden Affen hier nicht einfach Geld annehmen könnten! Wir alle anderen auch! Nein, die wollen fucking Kastanien haben! Ah! Eigentlich würde ich mich freuen, wenn sie essen anstatt Geld nehmen, aber... Warum Kastanien? Die findet man da so selten. Ah, warte mal, ich... Ah, Miko. Okay, speichern. Bevor wir wieder verkacken. Wie die sind mein Monsterraum. Nee, warte, darüber wollte ich ja nicht mehr reden. Es ist nie passiert. Ich hab's gerade nicht erwähnt. Weiter geht's, Leute. Ein Höhltag im Tumult-Wald. Hoi, Junge! Ich will wirklich alles abfackeln. Flemly, falls wir hier keine Kastanien finden bei diesem Durchgang, brennt es nieder. Wenn wir hier keine Kastanien kriegen, kriegt auch sonst keiner welche. Hast du mich verstanden? Es wird nie wieder hier mein Kastanien bekommen. Nie wieder! Aber da bauen sie nicht in unserer Basis weiter. Shit. Aber es gibt hier zumindest noch Fusinebeeren. Zumindest etwas. Die werde ich eigentlich gar nicht haben. Oh Gott, hi. Hier, bitte. Und bitte. Auch nur zweimal. Bäh. Und das. Und das. Und das. So. Jetzt triffst du so oft. Mimimimi. Und ich noch eins. Rauschball auf Doom. Oh Gott. Ja, mach die reguläre Attacke. Das bringt nicht viel, aber das ist gut für mich. Vielen Dank. Das ist sehr zuvorkommend. Finde ich super. Ach, kann ich haben wieder die Treppe oder... Ach, nicht. Wie viele von den Viechern sind hier. Flemly, da sehen wir ein Nest. Ich sag's dir. Wir sollten es ausräuchern. Wir haben es schon dabei, so können wir auch den ganzen Wald gleich ausräuchern. Und ausräuchern in meiner Definition heißt alles abwackeln. Es ist immer alles abwackeln. Okay, eben ins Wald. Keine Kastanie in Sicht. Weiter geht's, Tina. Dadurch lassen wir uns nicht aufhalten. Höchstens nach dem zehntausendsten Mal. Dann lassen wir uns aufhalten. Können wir nicht einfach einen Apfelbraun anmalen und hoffen, dass sie nicht drauf rein... Dass sie nicht drauf reinfallen. Hoffen, dass sie drauf reinfallen. Ich meine, die Hellsten scheinen sich ja nicht zu sein. Ne, wisst ihr was? Wir malen einfach einen Apfelbraun an und sagen, das ist eine Kastanie. Wie wär's? Also ich finde, der Plan ist gut. Oh, das ist eine Sackgasse. Ein bisschen Feedback von euch wäre auch mal ganz praktisch, Leute. Nein? Okay. Machen wir's einfach. Oh Gott. Oh Gott. Bitte treff. Bitte treff. Bitte treff. Bitte treff mehr. Ah. Ja, das bringt dir auch nicht viel, du. Oh Mann. Ey. Das will nur nicht. Willst du. Bitte. Treffen. Dankeschön. Ich hasse diesen Dungeon. So sehr. Ja, mach weiter her. Das... Oh, ist das schon... Ist das schon alle? Oh, wir sind auf Ebene 2. Das ist jetzt... Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Das ist jetzt nicht gut. Oh. Okay. Ja. Da haben wir wohl ein Problem. Ah. Wie ist das so schnell aufgegangen? Oh Mann. Das wäre ich hier für dich. Willst du bitte tot gehen? Das wäre sehr hilfreich. Alter. Ah. Ja, her... Herdner dich weiter. Junge. Ach. Herdner dich weiter. So. Na, geht auch. Aber Kevin hat sich aber nicht mehr wie ein Idiot verhalten. Das ist zumindest etwas. Ich versuche gerade auf die positiven Dinge zu schauen. Weil ich in diesem Wald keine fucking Kastanien finden kann. Wieso müssen es doch Kastanien sein? Ich habe gerade die ganzen Items gesehen und hatte... Ich befürchte, das wäre ein Monster rum. Aber... Halleluja, es ist keiner. Okay. Du kriegst erstmal ein Rasierblatt. Hier konnte ich in zwei Ebenen die ganzen AP davon verbrauchen. Shit. Und warum stehe ich eigentlich alleine? Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Sorry, Blamly. Setz doch dein Feufeu ein. Ist das überhaupt aktiviert? Ihr müsst da eigentlich... Würdest du bitte herkommen? Oh, ich kann ihn auch mit Steiner werfen. Soll mal recht sein. Hallo. Äh, du kriegst erstmal einen Tackle. Go, Blamly. Hast du fein gemacht, Blamly. Stolz auf dich. Nicht wirklich. Meine Frustration über die fehlenden Kastanien... Ist gerade größer als meine Frustration über dich. Oh ja, ein Level-Up. Ich bin so glücklich. Merkt man das? Ich hoffe es doch. Dass ich dir die tiefe Freude, die ich mit mir verspüre, dass ich Ausdruck verleihen kann. Das hoffe ich doch zutiefst. Oh, hey, Gummis. Flussivsam. Da grünen Gummi. Warte mal, das war für Käfer, oder? Ja, das war Käfer. Äh. Ja, das war Käfer. Okay. Äh, Kevin, willst du es haben? Blamly ist gerade ein Idiot, der kriegt keins. Äh, hier bitte. So. Immer noch ein grünen Gummi. Ach, das ist ich. Mein Gott. Soll ich so wederisch sein? Norm. Okay, man findet hier eine Menge Gummis. Das ist doch auch was. Auch wenn es keine fucking Kastanie ist. Da entwickelt sich so langsam immer ein immer stärkerer Hass auf diesen Dungeon. Hier weiter ich vordringe, ohne einen Kastanie zu finden. Ich habe auch keinen Bock, ewig auf deine Ebene rumzurennen. Dann geben wir die AP noch schneller aus. Ah, hey, wir haben jetzt die Hälfte. Das ist doch auch gut. Oh Gott. Okay, fast die Hälfte. Äh, wie viel bringt Kraftreserve? Oh. Du kannst mich vergiften. Das ist nicht gut. Was ist wieder so ein Pompon? Willst du bitte sterben? Au. Au, wow. Zwei Schadenspunkte. Okay, dein Gift kann mich sonst mal. Flemly, mach du das. Ich habe keinen Bock. Nein, fah- Ah, der Fallschauknopf. Upsi. Da hinten ist jetzt gerade wieder der Idiot. Moment, ich helfe dir mit Stein. Bitteschön. Go, Flemly. Setz doch einfach Feuer ein. Du blöder Vogel. Nein, nicht Kevin. Du hast volle AP bei dem Kack. Setz es einfach ein. Ich flehe dich an. Das ist ein Wald mit ganz viel Pflanzen und Käfer-Pokémon. Warum? Ja, okay. Schnabel geht auch. Aber du kannst dich einfach alles so abfackeln. Warum machst du es nicht? Oh nein. Flemly, würdest du bitte herkommen? Flemly. Ich ziehe dich dann mit rein. Das weißt du hoffentlich. Wenn ich von der Rose getötet werde, werde ich mit in den Untergang ziehen. Ich werde euch alle mit in den Untergang ziehen. Oh, wo sind nur diese ganzen Kastanien? Ein Floregummi. Nice. Norm. Zumindest können wir Frust essen. Wir können eine Menge Frust essen. Zumindest das. Das können sie uns nicht nehmen. Äh. Ne, Moment. Target acquired und Rasierblatt. Boom. Und nochmal. Shit. Flemly, setz bitte Feuer ein. Sogar Schnabel wäre noch gegangen. Warum sollst du mal das sein, was am wenigsten bringt? Warum? Oh man, Flemly. Ja, hallo. Ja, es ist schön für dich. Oh, weißt du was? Fick dich. Ugh. Flemly mal. Flemly! Danke schön. Warum nicht gleich so? Siehst du, wie viel das bringt? Und wie viel das bringt? Warum setzt du mal Tackle ein? Ich verstehe dich nicht, Hühnchen. Ich verstehe dich wirklich nicht. Oh. Ja, sehr geil. Dieses Wetter macht zumindest mal Sinn. Ich verstehe nicht, wie es dir drin schne... Schnee... Äh, schneen. Wie es dir drin schneen kann. Oh nein. Wie es dir drin schneien kann und hageln. Wie es dir drin schneen kann, Junge. Hast du fein gemacht, Flemly. Es ist noch besser. Aber ich kann nur Sachen werfen, oder? Oh, habe ich meine Dornen wieder alle vergessen? Ja, habe ich. Oh, okay. Ja, hier hast du einen Stein, bitte. Hey, ist doch gereicht. Oh, hey, ein Planas. Habe ich hier noch gar nicht gesehen. Hier, bitteschön. Oh, das braucht immer ganz schön viel dafür. Bam. Okay, Flemly setzt entweder Feuer oder Schnabel ein. Und nicht ein Kack-Tag, sonst werde ich es deaktivieren. Dankeschön. Mein Gott. Huhn, du regst mich auf. Na, geht doch. Ich glaube, wenn es nicht mehr so richtig diese Kack-Kastanien aufscreen, sonst... Au, hey! Oh, Mann! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Äh, was wollte ich? Rasierblatt. Das geht auch so langsam auf. Shit! Also, wenn ich hier keine Kastanien finde, dann mache ich das aufscreen. Das ist wirklich zu blöd. Gott. Also, habe ich schon früher mal gehasst, weil ich nie diese Kastanien gefunden habe. Aber hallo! Du bist eine Eiche, wa? Das ist schön. Wie lebt es dich so als Eichel? Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, aber jetzt? So langsam werde ich neugierig. Aber das war eine sehr aufschlussreiche Antwort, muss ich schon sagen. Okay, bye. Schönes Gespräch. Oh, hallo. Wie geht es denn dir so als Eichel? Wie lebt es dich so? Erzähl mal. Ich bin wirklich neugierig. Ah, okay. Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Schlackens Gesicht. Kann ich mir gut vorstellen. Danke schön, Kevin. Also, Kevin macht dich so langsam. Kevin macht du was, mach ich auch keinen Bock. Wow. Ein Schadenspunkt. Go, Kevin! Okay. Ich meine, um diese Mission seine und dann mal das aufs Green, das ist... Wieso findet man hier nie Kastanien? Ach man! Hier ist ein Stein. Hallo! Ich kann mich hier in Ruhe tacklen. Durch meinen Schall kann ich hier nicht vergiftet werden. Na, geht doch. Oh, ich meine, Kratzer bei Flemley nicht Tackle. Das ist alles scheiße, also egal. Okay, ich müsste eigentlich genug Siedelbeeren hier noch haben. Oh, Mann. Ebene 7, oder? Wo war das nochmal? Ebene 9? Ach, fick dich. Was kriegst du hin, Flemley? Eigentlich nicht, aber egal. Hier ist die Treppe. Ja, mach das mal weiter. Wir sind weg. Oh, Menkies! Ah! Hab mich schon gefahren, wo die auftauchen. Falscher Knopf. Dich treffe ich von hier mit einem Stein. Flemley verkack es nicht. Oh, krass, hier bleibt es auch bei alle. Oh, das ist nicht gut. Okay. Äh, das war Let's Play. Poker Nustre Dungeon Part 28, glaube ich. Ne, 29. Das müsste Part 29 sein. Hab ich 28 mal davon gesagt? Weiß es nicht mehr. Äh, da gibt es angucken. Wir haben hier mit einem Stein금. Also, das workers, wenn wir nicht gehört haben. Wir werden hier mit einem Steinmeck vềxす. Das istot singing. Bis dann! Alles spatiale geht. Sempre ist toll. Ich weiß nicht. Wir sind hier mit! 因 Um. Es ist nicht anterior- Ein-Win-Win être fragt! нуж seid, heute T According-